Hallo YouTube, hier ist Mr.NickNick und ich habe eine schnelle Runde Team Deathmatch auf der Map Slumps bespielt mit der PDW. Und das heutige Videothema ist Lag Compensation und Input Lag. Wie ihr es am besten fixt. Ich habe mich viel darüber informiert, viel ausprobiert und ich glaube heute ist es soweit, dass ich es vorstellen kann, wie ihr am besten alles, was euren Skill irgendwie verhindert, aus technischen Gründen, nicht aus Gründen, warum der Skill fehlt, wie ihr das verhindern könnt. Lag Compensation, ganz einfach gesagt, ist der Ausgleich zwischen einer guten und einer schlechten Connection. Das Schlimme dabei ist, dass die Leute mit einer guten Connection bestraft werden. Das einzig eigentliche Ziel ist es, eine Gerechtigkeit zu schaffen, dass nicht immer die Spieler mit dem guten Internet den Vorteil haben, weil sie gutes Internet haben. Aber in der Realität müssen wir mit sehr starken Lags kämpfen. Die Schüsse kommen nicht an, wir sind um eine Ecke gelaufen und trotzdem werden wir noch erschossen. Wir haben eigentlich keine Chance gegen Lager, die eine schlechte Connection haben und werden bestraft dafür, dass wir ein gutes Internet haben. Es wurde schon einiges dagegen unternommen. Es gab ein Aufhol in der Community, weswegen Treyarch reagieren musste. Sie haben ein paar Patches rausgebracht, die Lag Compensation selber nicht gefixt haben, allerdings gemacht haben, dass man gar nicht erst mit Spielern mit einer schlechten Connection zusammenkommt, wenn man es nicht will und meint, dass man unter Lag Compensation leidet. Der erste Patch hat eingestellt, wenn man die Sucheinstellung nicht auf beliebig gestellt hat, wurde man nicht mit Leuten aus einem fremden Kontinent zusammengeschmissen. Auf PC steht also nicht der Server, steht auch in Europa. Oder der Host auf den Konsolen, der kommt dann auch nicht aus einem fremden Kontinent. Das hat das schon mal einigermaßen verbessert. Und ein weiterer Patch hat auf dem PC zumindest euch einstellen lassen, wie hoch die Ping höchstens sein darf zum Server. Da würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall 30 einzustellen. Das ist das Niedrigste. Man kann zwischen 30 und 300 wählen. Und weil ihr die beste Verbindung haben wollt, solltet ihr auf jeden Fall 30 nehmen. Auf Konsolen weiß ich nicht, wie es ist. Aber auf jeden Fall, ich glaube, da könnt ihr auch zwischen irgendwas beliebig und beste wählen. Ihr solltet auf jeden Fall beste nehmen, wenn ihr meint, eure Connection ist so gut, dass ihr dann nicht irgendwie keine Spiele mehr findet. Ihr solltet beste nehmen. Das entspricht dann einer Ping von 40. So. Es gibt ein weiterer Punkt. Und zwar Settings. Der betrifft hauptsächlich Input-Lag. Ich habe ein Video über die besten Settings in diesem Spiel gemacht. Ich werde es euch nochmal verlinken in der Beschreibung oder auch gleich hier rein. Und ihr solltet auf jeden Fall V-Sync ausstellen. Das ist schon mal das Wichtigste. V-Sync macht zwar, dass ihr kein Tearing habt. Das könnt ihr nochmal nachgucken, was das genau heißt. Das sind Bildfehler. Aber es gibt einen merklichen Input-Lag, was natürlich scheiße ist in Online-Games. Ein weiterer Punkt ist, ihr solltet eure NAT öffnen. Für die jeweiligen Plattformen werde ich euch die Ports, die ihr öffnen müsst, in die Beschreibung hauen. Und am Ende werde ich auch nochmal zeigen, wie genau ihr das macht. Dann solltet ihr immer mit Kabel reingehen. Egal ob jetzt Internet, also kein WLAN oder halt Controller, Maus, Tastatur. Es gibt einfach bei Kabel kaum ein Input-Lag. Bei Funk jedoch allein technisch bedingt schon. Und das wollt ihr natürlich nicht. Ihr wollt euch nicht selbst beschränken. Also immer mit Kabel. Auch wenn ihr bis jetzt immer mit Wireless-Lagen gezockt habt. Und mit Wireless-Controllern, Wireless-Mouse. Alles, auf keinen Fall, holt euch ein Kabel, wenn ihr meint, dass ihr Input-Lag habt. Vielleicht seid ihr auch schon so dran gewöhnt, aber mit Kabel wird es auf jeden Fall besser sein. Rein technisch gesehen. Wenn ihr auf der Konsole spielt, teilweise auf dem PC, könnt ihr euer Internet throtteln. Das heißt, ihr reduziert euer Internet künstlich. Ihr reduziert die Qualität eurer Internetleistung künstlich, um auf die positive Seite von Lag-Compensation zu kommen. Dass ihr Lager seid. Das funktioniert allerdings nicht immer und würde ich euch noch nicht wirklich empfehlen. Ich werde am Ende trotzdem nochmal zeigen, wie man es einstellen kann. Ein Versuch ist es wert. Ein weiterer Punkt ist, ihr solltet alleine spielen. Wenn ihr mit mehreren Leuten spielt, dann wird einfach nicht der beste Server für euch ausgesucht. Sondern der beste Server für alle. Und das ist einfach dann nicht der beste mehr für euch. Jetzt zeige ich euch nochmal ein paar Klassen, die ihr auf jeden Fall benutzen solltet, wenn die Lobby laggt. Das sind einmal die MSMC und die PDW. Warum? Weil die schnell aimen. Ihr könnt richtig schnell raufgehen auf den Gegner, was euch natürlich schon mal Zeit nimmt im Vergleich zu Assault Rifles. Das gibt euch noch zusätzliche Punkte. Auf die MSMC würde ich euch Quickdoor empfehlen. Auf der PDW auch. Und auf der MSMC habe ich im Gegensatz zur PDW, habe ich auf der MSMC FastMax und auf der PDW LaserSide, weil man mit dem kleinen Magazin der MSMC schneller nachmahnen muss. Aber mit der PDW Gutsbrand, wie ihr im Video davor gesehen habt, Long Barrel, erhöht euren Schaden auf Range. Und ja, hier fehlen zwei Punkte in der Klasse, die ist noch nicht ganz fertig. Aber das Wichtigste ist SMG, Quickdraw und Dexterity. Das nimmt euch, dann seid ihr richtig schnell beim Aim, auch nach dem Rennen. Und Dropshotten ist sicher auch noch hilfreich. Besonders, wenn ihr eine SMG benutzt mit Laser. Das war es dann hier jetzt erstmal von im Game. Ich werde jetzt gleich nochmal ein Clip zeigen, wie ihr eure NAS öffnet. Zumindest mit einer Fritzbox und wie ihr eure Connection throttet. Das geht dann nur mit WLAN. Ich weiß, ich habe gesagt, ihr sollt damit nicht spielen, aber... Ihr könnt versuchen, eure Connection so schlecht wie möglich zu machen, damit die anderen mit einer guten Connection darunter leiden müssen. Das ist fies, aber jeder will in diesem Game Spaß haben. Im Hintergrund seht ihr, hier lege ich meine Reportsöffner. Ihr sollt auf die Seite fritz.box gehen, beziehungsweise auf die entsprechende für euren Router. Und könnt dann halt die Freigaben machen. Oder hier unter WLAN Funkkanal könnt ihr Funkeinstellungen anpassen und dann auf die maximale Sendenleistung geringer einstellen. Das ist ein Versuch wert. Bis dann.